Nun gut, oh da ist wieder eine Leiter. Den Text lesen wir natürlich nicht. Oh, ja boi. Oh, jetzt ist ganz schön Party am Start. Ja, das ist jetzt gerade wirklich ein bisschen doof. Ja, geil. 12 Schaden. Aber dann geht er zumindest. Ah ja. Oh nein. Na klar bist du jetzt getriggert. Oh Gott. Siehst du aus, als würdest du da so ein bisschen feststecken. Nee, ich hab's zu früh gemacht. Klagen. Oh, Alter. Oh, ja, was willst du Heli? Ich will jetzt nicht abholen werden. Ich will mich mal kurz, hier ist lauter Heli. Heli? Wieder ein Helikopter? Ja klar. Das ist meiner. Sind so viele Leute hier gestorben? Das ist alles für Christian Klacks. Oh, wer bist du denn? Du siehst ja fies aus. Rechts von dir auch ein Doot. Rechts von dir, ich hab' ihn gesehen, aber der kommt auf mich zu. Okay, das ist so ein Nachkampfzauber. Finde ich ganz schön. Also ich bin schneller. Ich bin nicht schneller. Wie frech. Okay, das geht nicht durch. Du machst das zweimal miteinander. Alter, haben die viel Leben. Das war jetzt ärgerlich. Nee, ich bin hier gerade ein bisschen aufm... Ey, 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 ey. Alter, jamoi. Fuck you. Ja, haha. Okay. Scheiße. Okay, pass auf. Warum? Weil ich von hier aus vielleicht erst den einen machen kann und dann den anderen, war mein Gedanke. Okay. Okay. Ach, scheiße. Okay, hat nicht geklappt. Sorry, Christian, das waren 100.000 Seelen. Ja, hey. Das hat überhaupt niemand gesehen. Wie Christian hat's gesehen? Oh, Mann. Ich dachte, der ist auf K. Ah, nee, der telefoniert. Ja, scheiße. Könnt mich alle mal hier am Arsch lenken, ihr Ficker. Was ist da denn noch? Ja, Moin. Na, guck mal an. Na, guck mal. Loretta kommt jetzt. Okay, ich darf nicht reiten. Das finde ich unfair. Ja. Die Frage ist tickt, Loretta. Fuck you, Loretta. Wir haben, glaube ich, schon mal gegen eine Loretta gekämpft. Oh, scheiße. What? Okay, der Try lief eigentlich gut. Aber dann hat sie mich mit zwei Schlägen leider getötet. Oh, nein, sie können auch nicht. Ja, dann läuft das doch. Dann läuft das doch. Loretta's Geschick und Loretta's Kriegssichel. Ui. Das Gebiet sieht auf der Map so klein aus, weißt du? Aber es ist so riesig. Ich habe gerade telefoniert wegen Planung von Garage. In dem Moment, weißt du, ich gucke auf den Bildschirm. Du hast den Boss fast tot. Und ich musste so lachen, aber ich konnte nicht lachen, weil ich konnte auch mein Handy nicht mehr hunden. Überreste. Hm, wo ist er? Was sieht dein Fickauge? Aber ich helfe dir. Wo könnte er nur sein? Ja, auch hier wieder rauf oder runter. Oh, die habe ich gesehen. Aber die kommen jetzt hintereinander hinter ihrem Schild angelatscht. Das ist gut. Wieso gucken die so komisch nach links oben, die Ficker? Weiß ich nicht, oder was? Ja. Okay. Ja. Alles wiederguckt. Was nicht die Druiden, die ihr sucht. Komm ich jetzt aus der Nummer raus, damit ich zumindest einen backstabeln kann? Einfach so. Ja. Das war eine planerische Meisterleistung von dir, dann hinzukriegen. Mein dicker Bauch hat den auch noch ein bisschen gestaggert. Okay, noch einmal. Jetzt bin ich dran. Ich hasse mein... Ja. Das wollte ich. Ich wollte einfach nur mit R1 zuschlagen. Meine Oma ist beim FBI, deshalb nennen wir sie Top Sigrid. Alter. Ist das dumm? Das ist ja richtig dumm. Alter. Jetzt schreibe ich demnächst in der WhatsApp-Probe meiner Family. Oh mein Gott. Okay, das war gut. Das war in Ordnung. Jetzt muss ich nur kurz einmal hier durch. Ja, dankeschön. Das ist in Ordnung. Alter. Okay, das habe ich mir auch gedacht. Weißt du, wenn du da jetzt 100 drops, die Ballisten weg machst, dann bist du ja wieder da, wo wir eigentlich losgelaufen sind. Ja, das ist richtig. Mach ich jetzt auch. Oh Gott. Ach ja, den habe ich ja völlig vergessen. Dann ist der Flöt. Dann ist Scheiße. Bist du da unten war noch so ein Dude? Der hat mich gekickt. Das waren 200k. Das wollen wir jetzt gar nicht wissen. Das war jetzt ärgerlich. Das war reingelegter neben. Nein, 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 nein. Kann ich dich eigentlich blocken? Der hat einen Heimatverschaden-Sensor. Aber ja, der Stagger ist auch ganz nice. Scheiße. Das ist belastend. Scheiße. Erste Nachricht des Zuschauers. ARC 200k. Ja. Als wenn der Schaden... Jawoll! Jawoll! Nice! Oh Gott. Wird mal dann eben. Wird halt gereicht, aber ich weiß wie cool du bist. Ich würde mal einfach weiter gehen. Ja. Alles gut? Ja Boss. Jo. Hab ich im Chat schon gesehen, jetzt gehts los. Das heißt wir sind jetzt bei Malenia angekommen oder wie sie heißt. Melania. Melanie! Ja Melanie! Meinst du witzig für Melanie noch buffen? Nee, erster Try lieber nicht. Ja, erster Try erstmal gucken was sie kann. Erster Try von 100 wahrscheinlich. Ist das denn wirklich die... Also... Die mit den Flügelhelmchen und dem riesig lange Schwert, ne? Ja, die aus der Special Edition, die ich immer noch nicht ausgepackt habe. Das erste, was ich rausfinden muss, funktioniert schade, Freunde. Melanie, ist das Spanien gefällt. Die hier. Die hier. Oh lord, ich hätte gar keinen Helmhund. Dann wird mir etwas Pens mm. Wie spür Ich habe Angst. D! 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 kann er nicht abmachen naja Das Schwert ist lang. Das sieht geil aus. Ja, äh, viel Erfolg. Oh mein Gott. Ach so, jetzt. Für viele, weil du da gemacht hast. Ich weiche aus. Ja, die hat schon mal den Hinter. Aber die kriegt auch Damage. Gar nicht so wenig. Die Phase wahrscheinlich, ne? Ja, stimmt. Das macht auch ganz okay, Damage. Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Oh, jetzt tickt's, Peter. Ja, jetzt tickt's. D, 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 D. Scheiße. Ne, kein Mann am eh. Hahaha. Okay, wieso macht ihr nichts? Bist du cool? Oh. Du woh. Okay, wie wär's, wenn du mich kurz heilen lässt? Okay, ich bin mal aggressiv. Okay, war nix. Scheiße. Gute Phase 1 gemacht, Alter. Sogar die Dünste ist noch am Leben. Gute uns unser, es gibt hier unser Schwert, kniet nieder und Elden Ring. Schieß nochmal drauf oder so. Mach irgendwas. Wait, what? Was, was möchte ich da jetzt sehen? Ich hab, ich hab ein Gesicht da drin gesehen. Wait. Der Phönix. Oder was? Was? Achso, ja, okay. Nice gemacht. Die war nicht nackig, oder? Ne. Cool. Das ist die Schmetterlinge, die ist doch süß. Die will ich fangen. Jetzt sieh dir aus fürs Resident Evil. Oh, geil. Cool. Warum ist die eigentlich so pissig auf uns? Ja, weiß ich auch nicht, weil wir Eldenlord werden wollen. Ähm, ähm, ähm. Tränen! 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 Man kann sie dabei immer noch strägern! Und sie heilt sich immer noch an der Memory. Ja, nee, Tränen! Das gefällt mir gar nicht! Kein Mana mehr, btw? Jetzt! Was ist das? Jetzt weiß ich wie 기대. Das war das gleiche wie am Anfang. Oh fuck, wir haben schon eine Freude. Oh, da ist es so weit weg. Oh nein. Ja, das fühle ich mich ungerecht behandelt. Nice move. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung, ich könnte es sich sehr gern. Ja, ich erwarte Phase 3. Ja, okay, aber dann heil dich wenigstens. Ja, gute Idee. Aber die hat True Lord zu dir gesagt. Da brauchen wir zwei Streams für. Zwei Streams, da haben wir nicht mal zweistellige Tries für gebraucht.